Bei den hat es aber ordentlich erwischt hier. Oh ja, also unser Auto-Marser-Anzug. Der hat eine schöne Rüstung. Hier ist ein BDSM-Auffahrer, was vergessen wurde. Rüstungsfaktor 1. War Schiolo. Moin Leute und herzlich willkommen zum neuesten Video vom Globo. Wir sind heute mal in den Banished Cells auf der Veteranenstufe unterwegs und gucken mal, ob wir hier ein bisschen was reißen können. Ist übrigens das erste Mal, dass wir hier zu viert auf der Veteranenstufe drin sind. Und ja, wir haben uns einfach mal überraschen lassen. Also, viel Spaß. Was? Du passt auch auf Veteranen, ne? Ja. Oh, cool. Klammert du, glaube ich. Das ist ja nett. Oh, ein Birkenblitzstab. Ja, ein Raucher. Ja, hey, 36 Gold. Oh, was ist denn hier? Der redet immer noch bei euch auch, ey. Ja, der lautet auf den Scheiß. Sack. Der leert es. Bei mir nicht? Na ja. Alter, Joe. Ja, warte, ich hab grad nicht geblockt, andere. Na ja. Oh, was weiß ich. Oh, was weiß ich? Oh, was weiß ich? Oh, was weiß ich? Die kommt ein bisschen spät, die Ulti-Fuhr auf. Leck gehabt. Besser spät als nie. Ja, ja. Boah, ich liebe die geile Bogenfähigkeit, die ich jetzt noch habe. Das Snipe oder so, das ist so okay. Krasse. Fischleim. Fischleim. Fischleim? Wie heißt das in Englisch? Fischleim? Wie heißt das in Englisch? Fischleim. Fischleim. Trauriges. Weißt du, was hast du in Englisch? Vor allem, er ist oben gemutet. Oh. Wörtlich, ziehen wir runter. Wobei, das bringt nichts von der Gemüte. Ja, ich stubs ihn an. Dann fragst du. Dann fragst du, dass es auf Englisch heißt. Warte. Warte, ich versuch. Denkst du, ich könnte ja auch an den Eiern... Okay, nicht an den Eiern, aber... Das ist ja ziemlich komisch, aber egal. An den Eier stecken? Ja, an den Eier stecken. Warte. Oh. Er hat dich gesehen. Das ist seine Lüge. Oh Gott, sie kommen. Du musst voran gehen. Komm mit. Komm mit. Wir lieben uns, wirst du. Ich will nicht mitkommen. Weil die so fernkampfenmäßig drauf ist. Ist die irgendwie blocken, oder? Oh. Oh. Sie schickt Feuer. Was ist eigentlich so... Sie sollten hier nicht direkt in den Gang. Der Gang ist doof. Oh. 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 Wir lesen kannst du. Ich hab das Polizei oder die Drehнь. Ich hab das bauen. Wir machen da auch Gefahr. Du. Buy das Wort. Die sind dann auf den Komma. Ich hab dasulich auch gemacht. Wenn du dappern nadie zu tun kannst. Und jetzt stellst du auf das geliefert. wir sehen x was voll geil und dann merkst du dass es richtig arm abweich ist ich hab auch mal in einem forum gelesen da hatte einer immer nah gekommen das heißt er hatte einmal schwert mit Schild und einmal doppelt und einmal breithändig da hat er sich richtig drüber aufgeregt dass es in allen veteranen anschluss ist dass man da fairkampf braucht richtig lustig ja fairkampf wird halt immer so sein dass der verliebt ist weil du es einfach auch brauchst weil das halt wenn irgendwer gerade sich rum so richtig krass damage verteilt dass du einfach wegrennen kannst und dann 3dm schwachen kannst du es einfach in Chile ich muss sagen mit der Nachtklinge habe ich einen Main auch mit zwei Dolchen zweite war bis zum Abbruch Dolche machen einfach viel mehr Schaden wenn du rankommst bin ich jetzt ja ähm ich hab jetzt aber auch auf ähm auf kritische Treffer gemacht auf physisch kritische Treffer da ist auch viel 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 mehr du einfach ähm du kriegst einfach einen besseren Buff mit deutsch ich werde von sich aber nicht nett aus die Eidexte ne du meinst du den T-Rex da ah ist Feuer jetzt wirst du voll weggebrannt als wenn wir voll weggeputzelt ich könnte doch meine Rasse sagen oder soll ich mich mal fragen ob wir auf dem Familientreffen der hat ähm schwänzliche Ähnlichkeiten mit dir ja ein paar Zehn ja bist du schon Akro der ist schon Akro der ist schon Akro der ist schon Akro der hat mich wegehauen und Atem auf mich aha ich mach am meisten Damage von euch oh war das nicht gut oh das ist nicht gut aber es ist gut wenn du Damage machst guck mal ich bin in Brand ne guck mal ich glühe richtig ne ich hab mich erst ein bisschen gefreut weil ich mir dachte guck mal wie viel Damage ich mach besser als wenn es mir von dir ablässt dann merke ich auf einmal so aber es bestimmt wegen meiner Passive die ich die ganze Zeit einleggen die Farbe weil das hier brennt alles jeder scheiß Boss ist mit Feuer weißt du das ich bin echt froh dass ich jetzt kein Vampir mehr bin aber guck mal ich kann hier durchlaufen und leben siehst du das? oh ja schön dass ihr da durchlaufen ja schrecklich wir hatten eine Anruhe ist halt gar nicht wir hatten eine Anruhe ist halt gar nicht so jetzt geht's ich hoffe das Feuer verschwindet hier gleich ja ein bisschen läppig macht er doch ich hoffe auch weil wir sind hier schon recht am Rand ja hallo wir haben gerade mal irgendwie 10% oder so jetzt zündet mich die ganze hallo ich brenne wieder ich brenne ich brenne also Feuer müsste sich doch eigentlich von alleine durchschen oder nicht? also wenn es irgendwann nichts genau mach mal das finster auf die Paste er ist doch schon siehst du da vorne nicht? so riesiges Loch ja 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 deswegen brennt das hier aus da taunzen wirft ja der Boden doch nicht Alter das erhöht das aber auch so weit da hinten das kann ich vorhin nicht jetzt sollen wir kommen ja fast nicht mal an den ran ja wenn er geht strange da brauchen wir irgendwie ne Taktik wie wir das Feuer hinlegen können ja momentan sind wir ja noch nicht tot momentan passt das noch ja aber ich glaub nicht weil ich denk stehen bleiben und einfach denk heilen ja das glaub ich die beste Möglichkeit ich hab hier so einen Stein gefunden das entweder das ist für nicht ganz Zeit genau ich zieh den ganzen Titel mir her ach guck mal hier ist schön frei der sich einfach irgendwie ins Feuer rein digga wenn man Feuer steht ja ok aber bitte nicht im gestecken Feuer da bleib ich mal stehen da hier aber ich kann mich tatsächlich bewegt ganz leicht kannst du ihn so von uns wegdrehen weil er macht nur seinen Schuss Atom mehr ja der ist schon mitgedreht ja ok er dreht sich anscheinend rum er hat ne Akku Reset auch also ich muss hier langsam mal aus dem Feuer machen ja er dreht sich einfach rum das ist einfach es ist kalt der alter was ist das soviel kann hier ja uuuh renzo wie hier alles packig ey alter hier brennt wirklich alles hallo Joe du hast mich angestuppst ja was heißt Schleim auf englisch bleib bleib oh alles ach Schleim bestimmt scheiß die greift er mich an ja weil du grad dich hier nicht viel Akku bekommen hast ah klasse ist ja das ist echt froh du war drin dass ich die neue Bogenquillig mit das Bild hab die jetzt auf 35 Meter geht stell dir mal vor du wirst jetzt Vampir geh mal jetzt aus dem Feuer weil ich ziemlich low mit Mana bin passt ach ok also guck mal hier oben war kein einziges Feuer hier war keine Flamme das war zu müde Telekom der ganze Raum hat's gebrannt gerade apropos Feuer ähm falls das noch jemanden braucht hier oh schön dass wir den Swagger haben warte warte ich guck mal warte ob man Andrew wär das nicht was für dich ne für also für mich auf jeden Fall nicht ich rechne eher nicht eigentlich was dieser wunderschöne Stab das ist lang und ok und der brennt manchmal am kann man da nicht irgendwelche Schalter benutzen das ist am besten zu viel einnehmen ok wollen wir die Schalter benutzen ja ich glaub den Schalter müssen wir benutzen weil aber bitte nein bitte nicht beide drücken bitte nicht beide drücken so viel lustiger nein 3 das war im normalen Mode schon scheiße warte drück den ok wir sind alle hier drück den Schalter ja 3 3 2 1 3 ich glaub rüber drück den zweiten das passiert nichts ok wir werden den zweiten drücken er wird den zweiten drücken Deactivates the second Binding Stone das ist woanders das ist woanders das ist für die Tür da ah die Tür ist offen wow oder hätte man das während des Postkampfes machen sollen nein 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 das ist das ist für die Tür die Tür ist gerade aufgehoben einfach nüchern ach f*** 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 die Range einfach oh wartet ihr gleich mal ich muss wieder ein bisschen Suppe schnürfen die ist doch schon kalt geworden ist wahrscheinlich ne die hab ich in der Arschrütze die jetzt nicht nimmer fahren so ich will ja nix ja das ist ne ne gehts dann bei mir ach ich müsste auch mal wieder oder also ich komm ja voll hab ich nicht voll hab ich nicht na klar so so lanban aber ich hab deine Porsche vermoved jetzt das ist ja cool ach es hat mich umgerannt scheiße ich hab ihn ich hab ihn nicht hab ich jetzt ja ok ich werde euch töten bevor ihr diesen Stein beschädigt ach er will uns töten oh mein Baby töten? nö für ihn töten ok ok ich finde wir müssen ja leben ja so weiß wie Lust da muss ich und Quellen mit einfach wieso kann ich da schon wieder nix machen hier nur die Erz töten oh es ist grad 12 Uhr hat jemand gewöhnt da? ach so ach so bist du dann das Modem oder was? dengelt dann wieder die Glocke weil ich mir irgendwas so gut schlau untergeladen hab ich dachte ja wenn du anfangen würdest zocker oder was? ach du ach ich glaub ich kann so hallo das ist einfach nur so ne desktop Uhr mit Timer drinnen zu scheiß macht dir die Mini an wenn du meinst du da ne? mhm der Boss geht eigentlich voll außer der macht jetzt ne ultime Wund hinter drin solle bringt hoch macht Flammenschaden vor allem sind wir alle Vampider Vampiren letztlich so das ist schlechter als weiß sorry was wird lila ihr seid im Töten von Hütern wirklich gut Signet des Hütlers äh äh des Hüters so was? ja aber hier kriegen wir das gleiche? der Bogen vielleicht was für dich? ja ich hab ja noch aus dem Letzten schon Leuchten aus ne das ist der Vollzeit ja weiß gar nicht also äh nix für dich Alex nix für mich nein der Bogen ja äh ich hab den hier grad der Tere hat erreicht ja gepost ich glaub den hattest du irgendwie sogar mal gegeben als für ja ein Normal gemacht weiß aber auch nicht mehr genau weiß aber auch nicht mehr genau ja ja sich zu alles shit%, wenn du nicht heißt tf hohohohohoh wenn du heilen würdest hahaha Man, ich bin fertig. ich würde sagen da läuft einer weg das waren diese komischen Schatten da helfen uns die Schatten ja die sind doch die glaube ich von wem sind die überhaupt von Schattenmann vielleicht ne ich glaube mit dem Westend DC am Anfang um nicht so einfach Töntwick Power Startup Technologien bestimmt Leute Da haben wir einen komischen Namen. Zivilei. Hey, braucht jemand einen Maze? Zweihändig. Klau. Hey, nur Weißes. Okay, ist am Ende für dich. Der ganze Postfach wird mit weißen Maze zu sein. Eure Knochen werden meinen Hunger stillen. Ja, drüber auf Knochen. 152 Feuern, äh, mach ich. So, alles voller Maze. Nee, überall ein Stück Gold drin. Da haben wir wirklich schon mal gemacht. Oh, wo Rentiden hin? Ja, pass mal was. Ja, ich mach schon was. Hier müssen wir irgendwas mit der Murmel vielleicht machen. Der Murmel. Nee, die macht mehr Damage. Also wegrennen. Wow! Ist das ein Vedra? Nee, oder? Kann das sein, dass das immer mehr Murmel werden? Das traurig. Oh, da vorne ist ein Vedra. Es kommt zwei. Ja, da könnte man machen. Ist eigentlich der Boss? Oh, wo ist der Boss? Was? Wo ist der Boss? Oh! Wird ne Akku Reset. Jetzt geht's ja auf den Mund und den anderen wieder. Ich weiße, dass kommt immer mehr Murmel. Ich weiße, dass kommt immer mehr Murmel. Was ist jetzt? Ach, jetzt hat sie wieder Deadrasten gespürt. Ich zieht den Boss. Kommet ihr euch mal um die Erz. Ihr könntet theoretisch hinsteigen können. Wenn du den Binding Stone deaktiviert könnt, dann wieder gehen könnt, ne? Das bedeutet, Klammer uns beschwört. Da ist alle oben. Ich glaube, ich habe ein Leck hier. Ja, ich bin groß. Wartet mal, ich habe ein Leck hier gerade. Das stimmt auch. Ist auch wenn es wieder geht, dann gelichtet. Da rennen hier so ein paar Viecher hinterher. Ja. Ja, es ist schwer, alle zu zänken. Ja, ich renne den Viecher hinterher. Die, 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 die hinterher rennen. Ich schritt immer mehr Erz. Ja. 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 Ich bin nicht weg, weil, äh, Andrew weg war. Die, ging halt schlecht. Weil, das wäre dann, könnte, hätte er die ja übernommen. Und zu drittes, blöd. Er bombt die, immer weg, das ist krass. ich hab leider nur als meister von mir ist nur singel schweiz hat auch dritt der liebte noch ganz schön ich werde nicht wiederbeleben das ist so mit gerade unserem bruder im rum oder uns und scheiß ach ne es heißt jetzt router kurz aufgrund was ist das router das ist das ich dachte modell war das gleiche Sicher? Ich dachte. Ich zeig kurz meinen Respekt. Indem du auf seiner Leiche tanzt. So zeigt mein Respekt. Ein Trauertanz. Es sah sehr traurig aus, ja. Es hat mich im Herzen bewegt. Ist das besser? Sieht gestillt aus, ja. Oh, ich facet dich. Ein bisschen facet dich. Ah, ich bin noch ein bisschen nah. Es ist immer noch ein bisschen zu... Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh, ich... Ja, fast so. Ich glaube, es ist gut. Ja. Jo. Perfekt. Dreckige Hochelf, der steht dort drauf. Voll um Agonia gefestet zu werden. Ich muss die Kerle schon untermalen, weil ich muss... Normalerhaft. Oh, jetzt geht's wieder. Jetzt ist der Quatzer weg. Pfff. Ja. Ich meine, außer dass ich tot da liege und irgendein fette Agonia auf mir rüttet. Pfff. No more. Pfff. 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 Hat der noch geschafft? Ne. Zu viele Ads später. Ja. Boards. 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 Wenn niemand da ist, der die wegbomben kann, das ist echt wirklich, ich glaube, das ist echt zu viel. Einfach kein Flächenschaden. Ja, alle wieder da, alle wieder da auch. Weißt du, wir sind wieder vereint. Ich muss mich kurz richtig hinsetzen, so. Jetzt geht's los. Die Morming kommen wieder auf uns zu. Jetzt ist sie weg. Mops spawn. Die weg. Ich will wieder da sein. Da ist sie wieder. Oh, sie macht es. Aber weißt du, wie soll ich strahle? Wo ist so viel drauf? Oh, raus! Loll. Mops. Letz. Weil ihre komische A.O.E. von der Wirtschaft, vielleicht der Wirtschaft nichts gemacht, eigentlich. Ja, trotzdem würde ich darauf ausgehen. Haben wir jetzt D-Buff oder so? Natürlich, das ist nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Wer will jetzt hin? Wieder ganz viele Mops. Ist auch lustig. Ich weiß genau, wo sie gleich spawnen wird. Bist du doch da? Jetzt bin ich drauf gegangen. Das wird schon... Oh, das... Das ist jetzt auch umgesetzt. Wann kommen so richtig viele? Weil obwohl ich ein Heil... ... obwohl... ...heil, Drang, und Ulti... ...also, die mir 5000 Leben gibt... ...denklich. Ja. Hab' noch was zu essen? ich hab nur fünf mal nix und chili was ich würde wohl gerne anstehen ja ich bin ja schon da hast du wieder einen seelenstein verschwendet ich hatte jede stunde umsonst was bekommen so ich guck, guck, guck gar nicht an so, bitte schuld ich mag es, ich mag es, ich mag es, ich mag es kannst du mal essen leck, leck, leck hier hier grüch schon hab ich absolut remake nur wirst matel auf das kamen Das ist Kacke, wenn ich gerade meine Ulti mache und sie sich dann wegmacht. Ich habe die Sitz. Ich habe keine Lust mehr auf die Kacke da, jetzt gibt es aber... Ich habe ihn sofort wieder aufgeladen gekriegt, weil ich 9 Kraft bekomme pro Tüte, wenn ich hätte. Aber ich habe sie noch nicht ganz so weh. Es wird halt einfach nur, wenn die Sorten aufeinander spielen, weil ich das mache, wenn die gerade spawnen. Ich habe ihn schon wieder aufgeladen. Ich habe ihn schon wieder aufgeladen. Bis zum Kommen, weil ich noch wieder habe. Die umste ist wieder ready. Alter, was war das denn grad? Von ihr? Hast du das mitbekommen? Ne Wie low OP ich auf einmal gerade war Ja, ich hab's gesehen Alter, was soll das denn? Ach komm, die kleinen Vieh sind wieder an der Wecke, warum war? Nur die Clan-Bands heute mal, da müssen viel aus Boah, das ist nicht immer weg, Porte, ey, ich krieg's kotzen Dschüss WDR mediagroup GmbH-1 Alter, das riegt voll auf, ne? Das Spagnon-Counter, muss ich sagen. Alter, die haben fast die Hälfte von mir, aber das ist so logisch gerade die Hälfte. Das Spagnon-Counter, muss ich sagen. Bussi, ich sehe es nicht da hinten. Was ist das? Das war's für heute. 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 Do...